Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit 92,5 kg auf der Schreckbank, eben 3x5, wenn es klappt. Und dann gibt es heute mit 40 kg Zusatzgewicht Klimmzüge. Dann werde ich wahrscheinlich ein 3x3 machen. Viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. So, ich habe jetzt 40 kg Zusatzgemisch drauf. Mal gucken, ob es 3x3 geht. Wenn mehr Freitagologeen versuche ich auch ein bisschen mehr. Aber ich denke, 3 werden gut sein. Okay, ich habe jetzt 3 Wiederholungen gemacht, damit ich mich noch ein bisschen steigern kann an die nächsten Einheiten und noch ein bisschen was im Tank habe. So, zweiter Satz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.